. Weiter geht es im Programm hier rund ums Thema Auto und Motorrad und da haben wir natürlich schon die Koryphäe, die Gallionsfigur, wenn es um das Thema Auto geht, neben uns stehen. Ja, denn liebe Zuschauer, Sie fahren vielleicht bald in den Urlaub und wenn Sie nicht in den Urlaub fahren, dann fahren Sie ganz sicherlich zumindest mal zum Supermarkt, um neue Nahrungsmittel zu holen. Und man glaubt es kaum, es passiert einfach schneller was, als es einem lieb ist, denn es müssen gar nicht Sie schuld sein. Sie fahren super Auto, viele Jahre schon, machen das super und denken auch immer voraus, aber man muss einfach immer mit den Fehlern der anderen rechnen. Und genau da kommt eine Dashcam genau richtig und Ihnen zugute, liebe Zuschauer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gebe ich das Wort ab und wir schauen uns gleich die erste Dashcam an. Ganz genau, liebe Zuschauer. Und das ist ideal für Sie, denn wir haben hier mit unserer HD-Dashcam eine Möglichkeit, um Dashcams erst mal kennenzulernen, wenn Sie bisher noch gar keine Erfahrung haben. Aber der Preis ist halt auch genial, weil es ist die günstigste Möglichkeit hier und heute bei uns in der Sendung in diese Dashcam Welt einzutauchen und sich was ins Auto zu holen. Als stummen Zeugen nenne ich unsere Dashcams immer, um einfach hier jemanden als Beifahrer dabei zu haben, der unbestechlich ist und der eben auch alles aufzeichnet, was so im Verkehr passieren kann. Liebe Zuschauer, wir haben hier eine Einstiegs-Dashcam, aber eine vollwertige Dashcam. Denn schauen Sie, in der Beschreibung steht G-Sensor und Bewegungserkennung. Das ist für Sie im Grunde, ich kann das so ein bisschen übersetzen. Der G-Sensor ist dafür zuständig, dass beispielsweise bei einem Aufprall oder beim starken Bremsen, beim starken Beschleunigungen hier automatisch die Aufnahme aktiviert wird. Das Gleiche mit der Bewegungserkennung. Das bedeutet, sobald Sie losfahren, wird die Aufnahme aktiviert. Also hier müssen Sie im Grunde gar nichts tun. Sie könnten natürlich auch manuell auf Aufnahme schalten, aber das ist in dem Fall gar nicht notwendig. Und HD-Aufnahmen, liebe Zuschauer, das ist halt nochmal ganz wichtig für die Bildqualität, damit da nichts krisselt und kräuselt, dass man alles auch wirklich gut erkennen kann. Und Sie sehen es schon, die Montage ist ganz einfach hier per Saugnapf. So, liebe Zuschauer, Sony Dashcam ist natürlich ganz wichtig, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt. Vivian hat es schon gesagt am Anfang. Sei es auf der Fahrt zum Supermarkt, sei es aber auch einfach so im Verkehr bei einer Wochenendreise. Es kann immer was passieren. Es können einfach Situationen auftauchen, mit denen man nicht rechnet. Und dann sollte man gewappnet sein. Und dann braucht man eben hier diesen Nachweis, diese Kamera, die genau festhält. Wie hat sich ein Geschehen ereignet, wenn es zum Unfall kommt, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber wenn die Situation steht, haben Sie einfach hier dank dieser Kamera einen Zeugen an Bord, der einfach sagt, so war es. Und dann wissen wir es ganz genau. Und liebe Zuschauer, wir können uns jetzt hier mal was angucken. Vivian, guck mal, eine ganz normale Situation. Wir fahren hinter einem Auto her. Oh, oh, oh. Passiert eigentlich gar nichts. Mensch, guck mal. Ach. Und Krach. Bang. Schau mal an. Jetzt würde man natürlich davon ausgehen, dass der Hintermann auf den Vordermann aufgefahren ist. Aufgefahren ist. Ist aber gar nicht der Fall. Und die Zeitgenossen hier, die jetzt vorne aussteigen, die sagen, du bist mir aufgefahren. Hier, ne? Musst du bezahlen. Jetzt pass mal auf. Guck mal. Jetzt zeigt er auf seine Dashcam im Auto. Ne? Das ist natürlich jetzt ideal für den Herrn. Das heißt, er ist abgesichert. Er kann nachweisen dank dieser Filmaufnahmen seiner Dashcam hier. Guck mal. Ich habe keine Schuld. Ihr hier habt den Fehler gemacht. Und wahrscheinlich, liebe Zuschauer, war es in dem Fall sogar Absicht. Es war wahrscheinlich Absicht. Haben Sie gesehen, wie die Dame direkt lautstark rausgekommen ist und protestiert hat? Ja, liebe Zuschauer, das ist natürlich clever von dem Herrn gewesen. Da einfach zu sagen, Mensch, ich bin sicher, ich kann das Ganze beweisen. 28,41 Euro. Im Fall der Fälle, Andreas, das wäre jetzt deutlich teurer ausgegangen für den Mann, oder? Natürlich. Stell dir mal vor, wenn du als Auffahrender ja auch den Schaden des anderen bezahlen musst, steigt die eigene Versicherungsprämie. Und das trägt man dann über Jahre mit. Und das ist natürlich dann richtig ärgerlich. Und da muss man wirklich sagen, das liegt einem richtig schwer im Magen. Und diese Gedanken, die verfolgen einen, weil man selber bezahlt natürlich dann viele, viele Jahre diese überhöhten Prozente. Man wird ja wieder hochgestuft mit so einer Dashcam. Lässt sich das vermeiden? Und liebe Zuschauer, der eigene Schaden am Auto, den muss man ja auch noch bezahlen. Wenn man nicht vollkaskoversichert ist, sieht es da ganz schlecht aus. Das heißt hier locker 3, 4, 5.000 Euro Schaden nur dadurch, dass man hier nicht abgesichert war mit so einer Dashcam und eben auch nicht entsprechend versichert und den Schaden des anderen zahlen muss. Das ist fürchterlich und vor allem natürlich auch der ganze Aufwand, der dazu gehört. Ich habe hier einen Kundenbeitrag, eine Kundenzuschrift, die möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Da geht es nämlich auch um so einen Fall, wo ein Werther Herr aus Dittelsheim-Hessloch uns schreibt, habe mir diese Dashcam gekauft, da ich gerade eine Woche vorher mit einem PKW auf einem Parkplatz die Vorfahrt genommen bekam und riesige Diskussionen mit dem Fahrer hatte. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Zeige die Aufnahme und bedarf keines Kommentars mehr. Das ist natürlich super und genau darum geht es natürlich auch, einfach Ruhe zu haben. Ganz genau, also geniale Zuschrift, tolles Beispiel, danke dafür. Das ist natürlich genau der Grund, warum man eine Dashcam braucht, liebe Zuschauer. Und hier haben Sie eben jetzt diesen tollen TV-Sonderpreis, 28,41 Euro. Sie sparen 64 Prozent gegenüber der UVP und das ist natürlich wunderwunderbar. Hier sehen wir Originalaufnahmen unserer HD-Dashcam. Und schau mal Vivian, das sieht richtig klasse aus. Man sieht das wirklich detailliert und hat eben auch hier schon mal so einen Eindruck, liebe Zuschauer. Wenn die zu Ihnen nach Hause kommt, mit welcher Bildqualität müssen Sie denn rechnen? Und man muss wirklich sagen, das ist ideal. Und wir haben auch ganz viele Zuschriften, die hier wirklich begeistert sind. Und nicht nur das Beispiel, was wir eben hatten. Vivian, was haben wir denn noch für eine? Wir haben zum Beispiel auch hier aus Patenstein eine Zuschrift, wo es heißt, ein Produkt, das jeder braucht. Klein, handlich. Allein schon, um sich dann zu Hause die Fahrt noch einmal anzusehen. Oder wenn es wirklich einmal zu einem Unfall kommt als Beweismittel. Bei uns in der Familie sind mittlerweile acht Geräte im Einsatz. Früher gab es Dia-Abende, jetzt gibt es Dashcam-Abende. Super, liebe Zuschauer. Ich nenne Ihnen noch schnell die Bestellnummer. Hier übrigens der TV-Sonderpreis 28,41 Euro. Und die Bestellnummer NX 4249. Und die 561 ist natürlich unfassbar günstig, liebe Zuschauer. Das ist wirklich auch einer unserer Bestseller. Das ist ein Pressetipp. Das sind auch Fünf-Sterne-Bewertungen, die wir hier haben. Da dürfen Sie wirklich guten Gewissens zugreifen. Aber, Sie können es sich natürlich schon denken, wir haben natürlich auch noch weitere Modelle im Premium-Segment. Und da dürfen wir Ihnen jetzt eine Dashcam vorstellen, die jetzt sich wo genau unterscheidet? Also wir haben hier, liebe Zuschauer, und das ist natürlich eine geniale Sache. Wir haben hier eine Dashcam, die möchte ich Ihnen mal zeigen. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man das. Wir haben eine Kamera hier. Und wir haben eine Kamera, und da sehen wir jetzt gerade Vivian, hier nach vorne weg. Und die lässt sich auch einstellen. Schauen Sie, wenn ich drehe, dann bewegt sich auch Vivian hinten. Und das ist jetzt eine Dashcam, Sie sehen es auch in der Beschreibung, mit zwei Objektiven, die gleichzeitig filmen. Und Sie sehen es auch schon hier, Video in Video, Bild in Bild. Das heißt, man sieht hier in diesem kleinen Ausschnitt einmal, was die Kamera nach vorne filmt, wo wir jetzt Vivian sehen. Und einmal sehen wir aber auch, was die Kamera nach hinten filmt. Und das ist ideal, liebe Zuschauer. Und ich lege Ihnen diese Kamera hier unbedingt ans Herz, denn wir haben hier auch eine tolle Technik eingebaut, nämlich einen Sony-Sensor. Also hier auch nochmal ganz besondere Qualität für Sie, damit Sie einfach auch nochmal ganz beruhigt sich zurücklöhnen können und sagen, Mensch, guck mal, Navgear hat hier wirklich auch, was die Technik angeht, was richtig Gutes eingebaut. Hier sehen wir auch nochmal die Installation. Aber das gilt für alle unsere Dashcams, liebe Zuschauer. Das geht herrlich einfach. Dank Saugnapfhalterung installieren Sie die Dashcam an der Stelle an Ihrer Windschutzscheibe, wo Sie sagen, damit komme ich gut klar. Damit filmt die Dashcam entsprechend gut und ich habe aber auch einen guten Blick auf beispielsweise das Display. Und Sie sehen es, wir haben einen 150 Grad Ultraweitwinkel. Das heißt, wir bekommen hier wirklich alles mit, das Ganze in Full-HD-Qualität. Und hier Bild in Bild, Vivian, das ist auch nochmal klasse. Man sieht eben jetzt auch hier, die Kamera würde zur Not auch den rückwärtigen Raum filmen und das ist ideal. Denn jetzt kommen wir nämlich zu diesem ganzen Komplex, liebe Zuschauer. Wenn es wirklich mal zu einem Unfall kommt und wenn dann wirklich auch mal, es lässt sich einfach nicht mehr wegreden, es ist passiert, gehen wir einfach jetzt mal von einem Blechschaden aus. Also nicht allzu schlimm. Aber dann ist es eben so, dann braucht man den Nachweis, dass man zum Beispiel da keine Schuld hatte oder eben auch den Nachweis, wie hat denn der Unfall stattgefunden, Vivian. Und dazu schauen wir uns jetzt einfach mal ein kleines Video an, damit Sie einen Eindruck bekommen, was wir genau meinen. So, guck mal, das ist jetzt im Grunde eine Situation, die kennt jeder. Man fährt hier, Straße längs, ist abgebogen, man denkt an nichts Böses und fährt von... Und jetzt ist es passiert, jetzt ist es passiert, hier der Fahrer des Fahrzeugs hier vorne, beide bleiben jetzt stehen, der hat das andere Fahrzeug geschnitten. Liebe Zuschauer, solche Verkehrssituationen, die kennen Sie, haben Sie vielleicht jeden Tag. Und ganz oft gehen die gut aus, ohne Kontakt von zwei Fahrzeugen. Aber es gibt diesen einen Tag, wo es einfach nicht mehr reicht, wo der andere einfach zu unvorsichtig war und sie dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und auch hier ist es jetzt der Fall, dass natürlich der sagt, der vorne war, Mensch, du bist mir reingefahren. In dem Fall hat man normalerweise, vor allem wenn man keinen Beifahrer hatte, keinen Zeugen, der dann die eigene Meinung, die eigene Ansicht hier vertritt. Man streitet sich dann, diskutiert vor der Polizei, vor Gericht möglicherweise. Und am Ende kommt es dabei womöglich zu der Situation, dass der Schaden aufgeteilt wird. Das heißt, Sie bezahlen die Hälfte, der Gegner bezahlt die Hälfte, Sie sind stocksauer, aber es hilft halt nichts. Der Schaden ist passiert und Sie bleiben auf Ihren Kosten sitzen. Und dann kommt es noch, möglicherweise droht Ihnen ein Bußgeld, weil die Polizei sagt, Sie haben sich auch falsch verhalten. Und das wollen wir natürlich alles vermeiden. Das geht mit so einer Dashcam, liebe Zuschauer. Und da gibt es auch Situationen, muss man ganz klar sagen, die sind so unklar und die sind so schwer zu beschreiben, wie es letztlich war wie wir. Dass man einfach hier ganz klar sagen muss, so eine Dashcam hier mit zwei Objektiven. Und Sie sehen auch, wie klein kompakt die ist. Also einmal ein Objektiv in den Innenraum und nach hinten einmal hier Objektiv nach vorne ist natürlich ideal. Und jetzt gucken wir uns auch noch mal so ein Video an, wie das aussieht, liebe Zuschauer, wenn die Kamera im Innenraum filmt. So, jetzt schauen wir mal. Gucken Sie mal auf das linke Bild. Vivian, hast du es gesehen? Was ist denn da passiert? Ja, der Lkw-Fahrer ist in den reingefahren. Der hat den angerempelt. Aber das ist natürlich eine Situation, liebe Zuschauer. Die können Sie nur festhalten, wenn man nach innen oder auch in den rückwärtigen Raum filmt. Und dafür hat diese Dashcam hier eben diese beiden Kameras. Und so kann man diese Situation wunderbar aufklären und kann dann eben auch vor der Polizei sagen, guck mal hier, der ist mir reingefahren. Auch die Versicherung hat hier den Nachweis, hier nichts passiert. Ich war gar nicht schuld. Ich konnte den Unfall auch nicht vermeiden. Ist ja auch oft ein wichtiger Punkt. Definitiv und vor allem diese Schuldgefühle, die man hat oder die Sie hätten, wenn Sie jetzt heute hier nicht zugreifen. Stellen Sie sich das wirklich einfach mal so vor. Sie schauen jetzt gerade ganz entspannt diese Dashcam Sendung, haben noch keine Dashcam zu Hause. Und wir bieten Ihnen jetzt so Modelle wie hier für 75,91 Euro mit zwei Kameramöglichkeiten an, um wirklich alles festzuhalten. Sie werden in den nächsten Tagen und Wochen deutlich aufmerksamer durch den Straßenverkehr gehen oder fahren. Sie werden deutlich vorsichtiger fahren und vielleicht und wir hoffen es nicht. Wir klopfen auf Holz, liebe Zuschauer. Kommt es zu einer Situation, wo Sie gesagt hätten, genau da hätte ich jetzt die Dashcam benötigt. Das verzeiht man sich ja selbst gar nicht mehr, dass man dann heute hier auch nicht zugegriffen hat. Bitte rüsten Sie sich einmal aus. Sie werden keine Gefühle mehr haben, die Sie plagen, wo Sie sagen, hätte ich mal zugegriffen, hätte ich mal eine gehabt. Dann hätte der Fall XY ganz anders ausgehen können. Wenn Sie jetzt hier einmalig bestellen unter der Bestellnummer NX 4507 und der 569. Andreas, ich verstehe das richtig und sehe jetzt, dass gerade auch so eine Dashcam natürlich mit den zwei Objektiven super viel Sinn macht, um einfach die komplette Unterstützung jedes Videomaterials zu haben. Du bist hier komplett abgesichert, die volle Absicherung, liebe Zuschauer, nach vorne und hinten. Auch hier nochmal für Sie 150 Grad Ultraweitwinkel. Also wir bekommen wirklich einen unfassbar großen Bildausschnitt hier, der festgehalten wird eben auf die Speicherkarte. Und das ist eine ganz tolle Sache, denn der Sony Sensor, der zeugt eben auch von Qualität, die Sie sich hier nach Hause holen. Aber denken Sie daran, die Kamera hier, die ist im mittelpreisigen Segment hier und bei uns natürlich zum TV-Sonderpreis mit 75,91 Euro ideal. Den schauen Sie mal auf die unverbindliche Preisempfehlung. Das ist das Doppelte, 150 Euro. Und wenn Sie die Möglichkeit haben zu sagen, Mensch, ich bekomme hier eine Dashcam zu so einem Preis, dann bitte unbedingt nutzen. Denn Vivian, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Man rechnet nie mit einem Unfall. Aber es kommt halt öfters zu einem Blechschaden, als man sich das vorstellt und auch schneller, als man sich das vorstellen möchte. Und dann hat man eben Kosten, die man tragen muss, vielleicht sogar Strafen bezahlen. Und das kann ganz schnell in die Tausende gehen. Und das kann man vermeiden, indem man sich mit so einer Dashcam absichert. Und dann fährt man immer auf der sicheren Seite und hat hier diesen stummen Zeugen mit an Bord. Tja, und liebe Zuschauer, Sie dürfen diese Aufnahmen dann jederzeit natürlich auswerten. Vor allem aber auch, liebe Zuschauer, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, für die schönen Dinge im Leben, sich die einfach nochmal anzuschauen. Es gibt ja nicht nur Unfallsituationen, sondern es gibt auch schöne Situationen mit einer tollen Strecke. Da hat uns zum Beispiel auch ein Zuschauer aus Bad Hersfeld geschrieben, man kann sich in groß die Aufnahmen auf dem PC ansehen und auch speichern. Das finde ich prima, falls ich doch etwas benötige im Nachhinein. Natürlich, diese Aufnahmen stehen Ihnen dann jederzeit und natürlich auch für immer dann zur Verfügung. 75,91 Euro, Bestellnummer NX 4507 und die 569. Nun gut, jetzt sind Sie aber vielleicht auch jemand, der sagt, für mich soll es wirklich das Beste vom Besten sein. Die zwei da vorne, die haben recht bei Pearl TV. Es ist einfach sinnvoll, am besten eine 360-Grad-Rundumsicht ums Auto zu haben. Denn vielleicht passiert nicht nur vorne oder hinten was, sondern auch links und rechts zum Beispiel. Absolut, wir sind vollkommen richtig. Und liebe Zuschauer, ich habe es am Anfang ja ganz kurz gesagt, wir stellen drei Dashcams vor in jeder Preisklasse und Sie sehen es auch jetzt. Wir sind ein kleines bisschen nach oben gegangen, aber dafür haben wir jetzt wirklich hier die ultimative Dashcam. Denn wenn Sie mal hier schauen, wir haben jetzt nicht nur eine Kamera, eine Dashcam mit zwei Objektiven, sondern wir haben eine Dashcam mit zwei vollwertigen Kameras. Eine, die filmt hier wieder den Innenraum, aber auch die ist nochmal ganz gezielt verstellbar. Das bedeutet, Sie haben hier wunderbar die Absicherung in den Innenraum und nach hinten. Ist aber natürlich auch ganz toll für Ferienfahrten. Und wir haben die Kamera hier nach vorne, die dann auch dank großem Winkel hier im Grunde alles mit filmen kann. Und Sie sehen es, da steht jetzt 360 Grad. Warum, liebe Zuschauer? Weil natürlich die Kamera vorne einmal komplett um 180 Grad filmt. Dann haben wir die Kamera hinten, die den Innenraum auch einmal komplett 180 Grad abdeckt. Und das ist eben eine ganz tolle Sache hier für den kompletten Rundumschutz. Die Installation aber auch hier. Und das sieht man dank Saugnapfhalterung. Alles ganz einfach. Und dann hat man hier diese wunderbaren Aufnahmen. Und das ist natürlich ein Thema, liebe Zuschauer. Gerade jetzt passt doch wunderbar in die Jahreszeit, wenn man hier in Ferien, in Urlaub fährt oder ins Ausland fährt und dort einen Mietwagen nimmt. Wir finden das ja auch so ein Thema. Und Sie kennen das ja selber, liebe Zuschauer. Wenn man im Ausland unterwegs ist mit einem Mietwagen, dann kommt es oft auch zu Verkehrssituationen, an die man gar nicht gewohnt ist, weil die Einwohner oder die Menschen in diesem Land ganz anders Auto fahren. Viel schneller, viel unaufmerksamer. Da wird wild gehupt. Und man weiß auch gar nicht, lässt er mich jetzt fahren, lässt er mich nicht fahren. Man muss sich da manchmal auch Platz schaffen. Aber es passieren natürlich auch im Straßenverkehr lustige Dinge, auch gerade auf Urlaubstrips, wo man sagt, Mensch, das hätte ich unbedingt festhalten müssen, weil das war so lustig. Hier sehen Sie es zum Beispiel, Vivian. Im ersten Moment ist es eine Schrecksekunde, es ist nichts weiter passiert, also ist keiner zu Schaden gekommen. Aber der LKW hat das Auto mitgenommen. Und jetzt schau mal hier. Was ist das denn? Ja, da hat jemand seine Ladung verloren. Auch eine skurrile Angelegenheit. Oh, ein Eselchen. Auf der Straße. Ja. Das sind alles so Geschichten, liebe Zuschauer. Auch hier. Wildschweinherde, oder? Ja. Und wie viele gleich hier über die Straße. Meine Güte, wenn man das jemandem erzählt, das glaubt einem doch kein Mensch. Auch da. Guck mal hier. Ein Strohmast umgekippt. Ist nichts passiert. Aber ist doch auf jeden Fall eine Kuriose angehiert. Hier über die Straße. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Das war eng. Da hatten die Kleinen aber einen Glücksengel dabei. Schutzengel, jetzt war es. Und hier wieder über die Straße. Liebe Zuschauer. Oh Gott. Alles so Dinge, Vivian, die möchte man halt zeigen. Das ist sowas, wo man sagt, hätte ich jetzt eine Kamera gehabt? Smartphone geht nicht. Beifahrer, bis der reagiert, ist die Situation schon vorbei hier. Mit unserer Dashcam hier, mit zwei Kameras kann man sowas wunderbar machen. Aber, und das wollen wir nochmal anklüpfen an das Thema Mietwagen im Ausland, Urlaubsfahrten, liebe Zuschauer. Die kann man gerne mit in Urlaub nehmen. Sogar im Flieger hier auf einer Insel, Sie wissen es, irgendwo im Spanischen. Die passt da wunderbar rein. Und wenn Sie dann dort ein Auto leihen, nehmen Sie unbedingt eine Dashcam mit. Oftmals sind die Autos dort ja auch in einem Zustand, die sind nicht erst rein. Das heißt, da kann eher was passieren. Naja, als man das vielleicht mit dem eigenen Auto noch zu Hause hat. Eine Dashcam ist immer sinnvoll, weil hier haben Sie einfach alle Aufnahmen, die komplette Fahrt gespeichert auf der Speicherkarte und nachher eben auch bei ausländischen Behörden den Nachweis, so hat es sich verhalten, mich trifft keine Schuld. Vielleicht kann man sogar sehen, dass es am Fahrzeug lag, dass es irgendwie ausgebrochen ist, weil die Bremsen oder die Lenkung nicht okay war. Deshalb hier eine Dashcam mit zwei Kameras. Einmal den Verkehr nach vorne, einmal in den Innenraum und auch den rückwärtigen Verkehr. Auch hier eine vollkommene Absicherung zu einem genialen Preis. Vivian, hier unsere Zuschauer sparen 51 Prozent gegenüber der UVP. Ja, nämlich normalerweise kostet diese Full-HD-Dashcam knapp 250 Euro für Sie, für 123,41 Euro. Andreas hat es gesagt, nicht nur skurrile Momente wie eine Wildschweinherde, die Ihnen vor das Auto laufen könnte, sondern vor allem auch Dinge im Ausland können oft passieren. Und gerade jetzt zur Ferien-Urlaub-Saison machen Sie sich vielleicht auch auf den Weg. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, es passieren halt auch einfach Dinge, wo man sich vielleicht auch gar nicht in der Landessprache dann verständigen kann. Gerade wenn ich so an Paris zum Beispiel denke, also da ist ja, oh Gott im Himmel. Also da mit dem eigenen Auto zu fahren, toi toi toi, liebe Zuschauer. Der Dashcam ist ein Muss, am besten zehn Stück überall aufhängen. Oder wie gesagt, einmal die, die 360 Grad einfach alles filmt. Und natürlich auch so Holland oder auch Belgien. Das sind natürlich dann auch andere Mentalitäten, das sind andere Sprachen. Jetzt verständige dich mal mit denen und dann kommst du als jemand Fremdes ins Land und willst dann sagen, dass du unschuldig bist. Also ich will ja jetzt nichts unterstellen, aber es ist schwierig, oder? Das ist sehr schwierig. Und liebe Zuschauer, kleine Anekdote von mir. Ich war vor ein paar Jahren mal mit einem 9 Meter Wohnmobil in Paris unterwegs. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, sag ich Ihnen. Das ist wirklich keine, das ist, der Verkehr unterscheidet sich komplett. Also hier ist man mit einer Dashcam wirklich auf einer ganz, ganz sicheren Seite. Und liebe Zuschauer, hier haben wir aber auch nochmal diese Landschaftsaufnahmen. Denn als Autofahrer kriegt man doch von der schönen, hübschen Landschaft gar nichts mit. Und liebe Zuschauer, die Schweiz ist mein Lieblingsland, was Landschaften angeht. Und ich finde es einfach genial, wenn man hier durch die Pässe fährt, durch Tunnels fährt und dann die ganzen Berge und alles. Aber man kriegt ja nichts mit. Man kann ja nicht links und rechts gucken. Die Straßen sind eng und deshalb so eine Dashcam, die zeichnet das alles auf. Und wenn man dann am Urlaubsort ankommt, kann man sich dann schon die ersten Fahrten hier angucken und die schöne Landschaft, die so an einem vorbeigeflogen ist. Und Vivian, oft ist es ja so, wenn man mit dem Smartphone aus dem Auto rausfilmt, das ist doch nichts. Nee, das ist doch nichts, liebe Zuschauer. Deshalb hier zu greifen für 123,41 Euro. Greifen Sie dazu, liebe Zuschauer, auch diese exklusive Premium Dashcam wurde ausgezeichnet. Zum einen von einem werten Kunden, der schreibt, die Doppelkamera sorgt für tolle Effekte, wenn man die Fahrt später in ein Video einbaut. Können Sie ja auch in Ihre Urlaubsvideos mit einlegen. Aber auch die Presse ist voll des Lobes. So sagt GRIP das Motormagazin. Checkt. Fazit Dashcam, Roadmovie, Unfallrekorder, alles in einem. Oder, da sehen wir es. Dankeschön, liebe Regie. GRIP checkt Dashcam, Roadmovie, Unfallrekorder, alles in einem. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ganz viele weitere andere Pressemitteilungen. Es ist schon was Feines, was Sie sich hier nach Hause holen. Und wie gesagt, für Ihre Sicherheit, vor allem aber auch natürlich für den Spaß, für skurrile Dinge. Wo wir bei skurrilen Dingen sind. Mein Lippenstift ist eigentlich rot, der sieht schwarz aus im Fernsehen. Nur mal so am Rande erwähnt. Die Bestellnummer, liebe Zuschauer, NX4498 und die 569. Ich höre gerade, man sieht doch, dass da rot ist, Gott sei Dank. 123,41 Euro, liebe Zuschauer, greifen Sie dazu. Das ist jetzt wirklich auch eine Empfehlung deinerseits, oder? Absolut. Alle drei, grundsätzlich muss man sagen, liebe Zuschauer, alle drei Dashcams, die Sie jetzt gerade gesehen haben, sind absolut zu empfehlen. Wir unterscheiden uns halt preislich. Einsteigerklasse im mittleren Preissegment und dann eben hier unser absolutes Topmodell. Und da ist es an Ihnen einfach zu entscheiden. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle absolut vollwertig sind. Da haben Sie keine Einbußen. Und vor allem auch hier sehen Sie es in der Bildbeschreibung. Wir haben hier auch die Panoramasicht, gerade durch das tolle Objektiv vorne und den G-Sensor. Und der ist ja für eine Dashcam immer wichtig, damit der Aufnahmestart im Unfallgeschehen auch unmittelbar passiert. Das heißt also, die muss sehr, sehr schnell sein. Und Navgear steht eben tatsächlich für diese Qualität. Wenn das der Andreas sagt, liebe Zuschauer, dann dürfen Sie ihm vollstens vertrauen. Hier in der Firma ist es auch so, wenn jemand eine Frage um Fahrzeuge hat, um das Thema Auto, dann ist Andreas der erste Ansprechpartner. Also da kann ich Ihnen wirklich sagen, alles richtig gemacht. Wenn Sie jetzt hier zugreifen unter der Bestellnummer NX 4498 unter 569 für die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn es um Dashcams geht, für eine 23,41 Euro. Und ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Ab 150 Euro liefern wir Porto und Versandkosten frei. Und das Schöne ist, dass wir Ihnen jetzt auch gleich hier noch Speicherkarten mit anbieten dürfen. Und bevor Sie da zu Hause rumkramen, bestellen Sie vielleicht einfach noch eine neue mit. Hier dazu für 9,41 Euro die 32 Gigabyte. Und der Preis ist wirklich der Knaller, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, gleich zwei, drei, vier einpacken. Speicherkarten kann man nicht genug haben. Hier haben wir die Intenso-Qualität. Also auch hier absolut sicher für Sie 32 Gigabyte. Also beispielsweise für unser erstes Einsteiger-Dashcam-Modell genau die richtige Speicherkarte. Klasse 10, also schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und der Adapter, liebe Zuschauer, hier, der ist eben auch schon dabei. Und hier sehen Sie die kleine Micro SD. Unter der Bestellnummer ZX2274 und der 569 dürfen Sie jetzt zugreifen für 9,41 Euro. Wichtig noch mal zu erwähnen, liebe Zuschauer, Sie dürfen gern noch zwei oder dreimal zugreifen zu dem TV-Sonderpreis. Und die ist prädestiniert für die erste Dashcam, die wir Ihnen vorstellen durften. Wir zeigen Ihnen die gleich aber noch mal, dann können Sie auch bei Ihrer Dashcam die finale Entscheidung dann selbstverständlich tätigen. Wenn Sie sich jetzt aber schon entschieden haben oder noch liebäugeln mit dem mittleren Modell unserer Dashcams, haben wir auch eine etwas größere Speicherkarte noch für Sie für 16,06 Euro. Und liebe Zuschauer, gucken Sie sich mal den Markennamen an. Da bin ich ganz besonders stolz, dass wir das anbieten können hier von Sony. Und schauen Sie auch hier, wir steigern uns jetzt, was die Aufnahmemenge angeht, auf 64 GB. Und haben hier eine tolle Speicherkarte, die jetzt auch schon in den 4K-Bereich geht. Das heißt, auch hier haben Sie wunderbare Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Für Sie das ideale Produkt 64 GB zu dem Preis genial. Da bitte zugreifen oder auch gerne bei der XXL-Variante zugreifen für 33,16 Euro. 128 GB. Das ist schon eine ganze Menge, liebe Zuschauer. Das ist eine ganze Menge und auch die kann ich Ihnen zeigen. Und kleine Anekdote. Sundisk, liebe Zuschauer, hat aktuell die erste 1 TB Micro SD vorgestellt. Kostet 500 Euro. Wow. Wir haben hier aktuell, liebe Zuschauer, die 128 GB Variante. Wir fassen noch mal kurz die Dashcams zusammen, damit Sie jetzt dann nicht nur die Speicherkarte bestellen, sondern bitte auch gleich Ihre Dashcam. 28,41 Euro. Das erste Modell zu bestellen unter der Artikelnummer NX 4249 und der 569. Einsteigerklasse, liebe Zuschauer. Für Sie heute die günstigste Möglichkeit, an eine vollwertige HD-Dashcam mit G-Sensor und Bewegungserkennung zu kommen. 140 Grad Bildwinkel. Also hier der Preis, Vivian, ist genial. Hammer! 28,41 Euro. Greifen Sie zu, wenn Sie es auch gerne mal ausprobieren möchten. Für den Zweitwagen vielleicht auch gerne, dass im Familienmobil eine richtig schöne Dashcam ist. Und für das zweite Auto oder das Auto eines Fahranfängers vielleicht hier dann diese Variante zu bestellen unter der Bestellnummer NX 4249 und der 569. Für das Familienauto darf es dann aber doch vielleicht etwas sein. Sie fahren ja in den Urlaub, Sie fahren auch sehr, sehr viel, was nach vorne und nach hinten herausfilmt. Und auch da haben wir für 75,91 Euro eine fantastische Dashcam für Sie. Ja, Navgear-Qualität, liebe Zuschauer. Hier sehen wir die Montage an der Windschutzscheibe. Natürlich alles ganz einfach. Auch die Bedienung der Dashcam extrem einfach. Und das Wichtige hier, Full-HD-Aufnahmen. Also hier eine tolle Bildqualität. Und zwei Objektive einmal nach vorne und einmal in den Innenraum und den rückwärtigen Verkehr. Also hier eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit sich rundum abzusichern. Aber auch hier muss man sagen, der TV-Sonderpreis 75,91 Euro. Wir wählen es richtig genial. Greifen Sie hierzu unter der Bestellnummer NX 4507 und der 569. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich hier für die richtige Dashcam entschieden haben. Die Full-HD-Variante ist wirklich ein Top-Modell. Finde ich persönlich auch super schön. Aber wenn Sie sagen, vorne, hinten, ich will auch noch links und rechts. Dann gibt es natürlich auch das Nonplusultra. Ich finde auch, wenn man einmal bestellt, gerade auch für so ein Familienauto, sollte man vielleicht das Beste auf dem innovativsten Standard momentan nehmen. Und das bekommen Sie hier. Richtig. Also nicht nur den stummen Zeugen für Unfallgeschehen, den Beweis vor der Versicherung, Polizei, Gericht, liebe Zuschauer. Übrigens, Dashcams sind seit Mai 2018 erlaubt. Sondern auch die Urlaubsfahrt filmen, den Ferientrip, den Ausflug mit den Kids. Und die machen dann da im Auto Spaß. Die singen und so weiter. Und das kann man alles wunderbar festhalten in dieser besonderen Qualität. Full-HD hier. 360 Grad Panoramasicht, D-Sensor, eine vollwertige Dashcam. Beste Qualität für Sie zu einem richtig, richtig tollen Preis. 123,41 Euro, liebe Zuschauer. Die Bestellnummer NX4498 und die 569. Sie haben sich schon darum gekümmert, dass Ihr Fahrzeug die Sommerräder drauf hat? Haben Sie vielleicht Ihr Auto auch schon mal schön Frühjahrs- und Sommerfit gemacht und gewaschen? Dann fehlt jetzt nur noch das letzte i-Tüpfelchen zur Vollausstattung. Und das ist einfach Ihre Dashcam, liebe Zuschauer. Denn da geht es nicht um modische Aspekte, sondern vielmehr um Ihre Sicherheit, um Ihre Versicherung, um Ihr Wohlbefinden und vor allem auch um Ihre Gefühle, dass Sie sich nie vorwerfen müssen, dass Sie einfach mal zu Unrecht behandelt wurden. Denn Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In diesem Sinne bitte in die Leitung gehen, auch an die passende Speicherkarte denken. Die haben wir Ihnen auch vorgestellt. Alle Informationen dieser Sendung noch mal zu finden unter www.perl.tv. Dort dürfen Sie auch gleich gern online bestellen, wenn Sie wünschen. Und dann kann es losgehen. Sie rüsten und statten sich aus, vor allem auch für den Mietwagen, für die Urlaubsfahrt ins Ausland. Und dann wünschen wir Ihnen in diesem Sinne viel Spaß und sichere Fahrt mit der neuen Dashcam. Dass es das wunschelde zu machen. Dann gehen wir über das Fahrt mit einem geflügelchen. Und dann gehen wir nach unten dazwischen da. Vielen Dank.